Herzlich Willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Psychonauts weiter und ich habe immer noch keine Ahnung, was ich eigentlich machen muss. Ist aber nicht sonderlich schlimm, glaube ich. Äh, es ist in der Tat verrückt, was er so sieht. In der Tat so ein ganz klein bisschen verrückt. Gut, wir hauen also wieder ab und wir schauen uns weiter in seinem Verstand um. Weil wir ansonsten ja sowieso nichts zu tun haben. Keine Ahnung, ich muss jetzt gucken. Ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt bewusst nicht spoilern lassen oder so. Das heißt, das Video hier nehme ich unmittelbar nach dem letzten Video auf. Hier waren wir gar nicht drin, ist interessant. Ich habe wohl erst irgendwann später mitbekommen, dass man in die Häuser reingehen kann. Ist ja lustig. Gut, ja. Ich habe mich also bewusst dagegen entschieden, irgendwie gespoilert zu werden. Oder irgendwie sowas in der Art. War jetzt vielleicht nicht die glückste Entscheidung. Je nachdem. Wer also rein Spielfortschritt sehen möchte, der ist jetzt gerade hier mit diesem Part vermutlich nicht gar so gut bedient. Es tut mir an der Stelle fast ein bisschen leid. Aber auch nur fast. Ich will das Spiel jetzt mal so spielen, wie es ein Otto-Normalspieler gespielt hätte. Damals. So. Das Spiel kommt frisch raus. Keine Sau macht sich die Mühe, eine Komplettlösung dazu zu schreiben oder so. Internet hat man zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht so ganz. Na gut, okay. 2005, 2006. Wann kam das Spiel raus? Ja, ich glaube, da war das Internet schon im Begriff irgendwie ganggebe zu werden. Ja, aber dennoch. Wir versuchen uns jetzt mal so mit der Materie auseinanderzusetzen, wie Gott sie uns schufen, wie die Entwickler sie uns schufen. Und mal gucken, was dabei herauskommt. Ich bin ja auf eine gewisse Art und Weise gespannt. So, das bedeutet also, ich gehe jetzt nochmal in die ganzen eulen Häuser rein, gucke mich ein bisschen um, schaue mich natürlich auch in den Gärten und so weiter um und mache auch einfach mal alles kaputt, wenn es denn einigermaßen geht und versuche hier die ganzen Pfeilspitzen einzusammeln und so. Und dann werden wir schon früher oder später wieder auf Spielfortschritt stoßen. Und im Endeffekt ist das ja auch eine, ja, willkommene Gelegenheit, um einfach mal wieder über Gott und die Welt zu quatschen oder so. Habe ich zugegebenermaßen in letzter Zeit nicht gar so oft machen können, was teilweise so ein bisschen auch durch meine Spieleauswahl begründet war. Dadurch, dass ich eben nur noch, in Anführungszeichen, zwei Projekte auf meinem Kanal zum Laufen habe und momentan auch noch beide Projekte davon Spiele sind, die ich selber noch nie gespielt habe, namentlich also Psychonauts und Fragile Dreams. Das ist alles ein bisschen, ein bisschen schwierig. Was will ich jetzt eigentlich gerade? Ich will das Schilden. Ja, herrlich. Hui! Das ist ein bisschen schwierig, bei solchen Spielen einfach ins Reden zu kommen oder so. Das ist ein ganz klarer Fall. Ja, die Spiele sind selber für mich neu. Ich sammle haufenweise selber neue Eindrücke. Und diese Eindrücke, die wollen ja auf eine gewisse Art und Weise irgendwie fachgerecht konsumiert werden. Und dementsprechend ist es dann in dem Moment eben so, dass ich hauptsächlich über das Spiel rede und nicht so wirklich über das Drumherum, was zum Beispiel bei mir gerade so abgeht oder was vielleicht abgehen könnte, wenn ich irgendwie mehr Zeit hätte. Oder irgendwie sowas in der Art, ja. In der Beziehung vermisse ich eigentlich fast die Tatsache, dass ich sowas wie Mario Kart momentan eigentlich nicht spiele. Weil das war immer so ein relativ willkommener Moment einfach, um mal ein bisschen noch nebenbei zu reden und so. Wobei ich mir ja auch natürlich auf der anderen Seite dann immer nicht so sicher bin, wie interessant das überhaupt ist, wenn ich über irgendetwas anderes rede. Ähm, ja, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich glaube, die meisten Leute gucken sich da doch eher so ein Let's Play unterm Strich an, um das Spiel zu sehen. Und bedingt etwas, um bedingt, um dann etwas über den Let's Player noch zusätzlich zu erfahren oder so. Das ist dann halt immer so eine gewisse Gratwanderung. Äh, sieht jeder anders. Also von daher ist das schwierig. Was hat der da jetzt nochmal in der Hand? Achso, das war der Heckenscheren-Typ, ja. Gut, gehen wir nochmal hier rein. Kann ich eigentlich dort hinten hin? Ne, das ist auch was vollkommen anderes, oder? Das ist über die Telefonleitung verbunden. Wenn ihr jetzt noch wüsste, wie ich an diese dämliche Telefonleitung rankomme. Das gibt's doch nicht. Mit Joko-Tabu-Tabu. Gut, egal. Ich war auch deshalb wieder auf den Gedanken von Mario Kart und so gekommen, weil ich, ich glaube, vor zwei Tagen bei so einem Community-Turnier mitgemacht habe, das, äh, ja, von den Rocket Beans veranstaltet wurde über Twitch. Und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. In erster Linie aber wahrscheinlich auch deshalb, weil ich da nichts organisieren musste, sondern ich war einfach nur stiller Konsument in dem Moment. Ich konnte einfach nur, ich konnte einfach nur für mich, äh, für mich Mario Kart spielen und musste mich um nichts kümmern. Das war doch relativ angenehm. Ich wurde auch heute, glaube ich, unter einem meiner Stream-Upload-Videos gefragt, ob ich nicht mal wieder Mario Kart 8 im Stream spielen könnte oder so. Ja, prinzipiell schon. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich fast schöner, wenn man es einfach mal so ein bisschen auch für sich, äh, für sich genießen kann. Was immer bedingt möglich ist, wenn man, wenn man selber streamt. Weil man ist dann halt in dem Moment immer der Kasper, der irgendwie was machen muss, damit die Leute sich einigermaßen unterhalten fühlen. Das kann manchmal tatsächlich ein bisschen anstrengend sein, auch beim Spiel wie Mario Kart. Oder vielleicht auch gerade deshalb bei Mario Kart. Oder, naja, es ist, äh, alles nicht so einfach. Aber egal. Okay. So. Ähm. Aber so für nebenbei mal spielen, das, äh, können wir durchaus mal wieder machen. Ja. Kann ich. Kann ich mir zumindest mal, äh, vornehmen, äh, das so. Im Auge zu behalten. Für mich selber. Vielleicht wäre es ja tatsächlich ganz schön und ganz angenehm. Ich spiele ja auch so für mich, äh, momentan mehr oder weniger angenehme Spiele. Ähm. Ich merke immer wieder für mich selber, wie schwer es mir fällt, äh, mich auf richtige Spiele zu konzentrieren. Ähm. Also irgendetwas, was tatsächlich ein bisschen mehr fordert oder so. Ich, äh, hab einfach das Problem, dass ich, wenn ich nicht gerade Let's playe, dass ich dann unglaublich schnell und stark abschweife mit meinen Gedanken, wenn ich irgendwie am Spielen bin. Und das macht, äh, meistens keinen Spaß, insbesondere wenn man dann irgendetwas spielt, was, äh, ja, ein bisschen fordernder ist. Rollenspiele. Das ist, äh, selbst so einfache Dinge wie, wie, wie Ego-Shooter oder so. Die sind schon für mich manchmal irgendwie zu viel. Weil ich mir dann so nach einer halben Stunde denke, äh, irgendwie, nee. Ich spiele dann in dem Moment auch nicht wirklich, oder ich hab nicht so wirklich das Gefühl, dass ich ja Spiel spiele, sondern irgendwie ist es, es ist schlimm, wenn man, wenn man beim Spielen selber dann irgendwie in so ein, in so eine, Gedankenvielfalt gerät. Und ich denke zu viel nach, über irgendwelche Sachen. Und das trübt für mich persönlich den Spielspaß und ich kann mich dann nicht auf das Spiel konzentrieren und dann lasse ich es irgendwie nach einer halben Stunde, Stunde oder so. Und das finde ich schade. Ich kann das nicht mehr so oftmals, meistens, ich kann Spiele nicht mehr so konsumieren wie, wie früher halt. Und das nervt mich. Ich kann sie meistens nur richtig konsumieren wie früher, wenn ich dazu Let's playe. Was irgendwie total doof ist. Das kann wahrscheinlich keiner verstehen. Oder vermutlich niemand verstehen, der nicht selber Let's playt oder so. Aber es ist ja nun mal wirklich so, wenn man Videos aufnimmt und die ganze Zeit dazu irgendetwas erzählt oder versuchen will zu erzählen oder so. Man lenkt sich zwangsläufig irgendwie mit etwas, ja, man lenkt sich mit dem Spiel ab. Man konzentriert sich ja dann ja doch ein bisschen mehr auf das Spiel. Man erzählt ein bisschen was zu dem Spiel, erzählt vielleicht in manchen Fägen, äh, die Grafik ist so schön hier gerade oder bla. Oder man kann das irgendwie fast schon auf eine gewisse Art und Weise mehr genießen. Zumindest bei so Story-Spielen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird man dann auch wieder extrem abgelenkt. Eben durch das, was in dem Spiel an sich passiert. Und dass man eben dazu etwas erzählen muss. Ich glaube, man versteht nicht so wirklich, was ich damit sagen will. Das ist schlecht. Ach, gut. So, ähm, Psychonauts. Jetzt sind wir mittlerweile schon wieder hier. Was blöd ist. Immer noch auf der Suche nach einem Telefonhörer oder irgendetwas anderem. So. Dir kann ich nicht wirklich helfen. Zumindest momentan. Was ich eigentlich nur noch sagen wollte, es ärgert mich fast schon so ein bisschen, dass ich hier im Spiel nicht mehr auf die Art und Weise konsumieren kann, wie es vielleicht früher der Fall war. Vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun oder so. Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja eigentlich nicht. Ich meine, so von wegen, du bist so alt, du kannst dich ja gar nicht mehr so richtig darauf konzentrieren, was überhaupt um dich herum abgeht und so. Hm, gar nichts. Ich muss zu weit weg sein oder so. Das sollte ja eigentlich nicht so eine alte Geschichte sein. Zumal ich mit meinen 28 jetzt echt noch jung und knackig bin. Quasi gesehen, ich bin, äh, die glorreiche Zukunft unseres Planeten. Könnte man so sagen. Dementsprechend wüsste ich jetzt echt nicht, was da der Hindernisgrund sein sollte, ein Videospiel vernünftig zu konsumieren. Das ist irgendwie seltsam. Gießkannen, Heini. Aber hier waren wir doch eigentlich auch schon. Ich bin enttäuscht. Bin doch gerade echt von mir ein bisschen enttäuscht, dass ich hier absolut nicht weiß, was ich als nächstes tun muss. So. Dämlich, dämlich und unschön, unschön. Hm. Wir waren in diesen ganzen Häusern drin. Wir haben die ganzen Kühlschränke geöffnet. Wenn hier noch irgendwo ein Gegenstand... Davon mal abgesehen, mein Menü ist ja nun mal voll. Es kann jetzt eigentlich keinen richtigen Gegenstand mehr geben. Aber warum... Das ist eine schöne Gießkannen. Warum checke ich das dann nicht? Sie müssten mir doch dann trotzdem... Irgendwas anderes geben. Es funktioniert die ganze Zeit so. Innerhalb eines gestrichelten Kosmos kann ich mich nur bewegen, wenn ich den richtigen Gegenstand besitze. So. Den richtigen Gegenstand. Ähm. Wir hatten die Gießkanne, das Nudelholz und so weiter und so fort. Hat überall funktioniert. Also warum sollte es jetzt beim Telefon oder beim Gewehr oder irgendwas anderem... Warum sollte das da jetzt plötzlich anders sein? Das würde doch keinen Sinn ergeben, oder? Ich glaube ja irgendwie nicht. Kann ich irgendwie... Ähm. Nicht Unsichtbarkeit. Nicht schweben. Nein, das war eigentlich nicht das, was ich haben wollte. So. Flups. Aha. Äh. Bringt mir nur... Boah, scheiße. Bringt mir nur leider nichts. Jetzt kann ich mir nicht mal vernünftig hier umgucken. Ich will doch nur auf dieser Mauer entlang gehen. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Muss ich hier... Ah ja, das ist richtig. Seht euch die kleine Wanze an. Wie die Wanze tanzen kann. Wow, wow, wow. Wie er aber auch immer dann ein unfassbares Tempo plötzlich zulegt. Wer sich irgendwie falsch bewegt. Das macht... Unglaublich... Wenig... Spaß. Zum Gedanken des sich nicht mehr konzentrierens. Vielleicht hat es auch ein bisschen was natürlich mit Übersättigung oder so zu tun. So, dass einem der kindliche Blick oder so aufs Spielen so ein ganz klein bisschen fehlt. Den Gedanken habe ich auch ganz oft. Und ich finde das schon auf eine gewisse Art und Weise traurig. Und ich würde es traurig finden, wenn es tatsächlich so wäre. Was ist das dort hinten eigentlich? Dort ist irgendein ultra krasser Gegenstand, den ich unbedingt haben will. Und den ich mir nicht angucken kann. Warum kann ich mir nicht angucken? Ich bin enttäuscht. Ja, vielleicht fehlt einfach so ein bisschen der kindliche Blick. Und dementsprechend dadurch, dass alles nicht mehr so hundertprozentig etwas Besonderes für einen ist. Dementsprechend kann man das nicht mehr so ganz genießen mit den Spielen. Was ich echt schade finden würde. Ah, jetzt habe ich die Krähe mal gehauen. Und jetzt können wir mit der Krähe wegfliegen. Und wohin fliegt die Krähe? Irgendwohin. Auf einen Baum oder so. Manchmal kannst du Hellsehen auf einen Gegenstand anwenden, um die Dinge vom Standpunkt des Besitzers auszusehen. Halte den Gegenstand einfach in der Hand und beginne mit dem Hellsehen. Beginne mit dem Hellsehen. Punkt. Gegenstände, die sich besonders gut zum Hellsehen eignen, erscheinen in deinem Inventar von einer besonderen Aura umgeben. So sieht das aus. Ja, das war das, was ich immer gesehen hatte im Menü. Hatte ich mich auch schon gefragt. Aber ich bin einfach davon ausgegangen, dass dieses Symbol mir anzeigt, dass die Gegenstände hier nur in dem Verstand existieren oder so. Moment, jetzt versuche ich das hier nochmal zu begreifen. Was wollen die mehr damit sagen? Hellsehen auf einen Gegenstand anwenden, um die Dinge vom Standpunkt des Besitzers auszusehen. Halte den Gegenstand einfach in der Hand und beginne mit dem Hellsehen. Ähm, nee. Um die Gegenstände vom Standpunkt des Besitzers auszusehen. Was ist das? Gegenstände. Du hast mehr Gegenstände, als auf einer Seite Platz haben. Nein. Es gibt also doch mehrere Seiten. Also gibt es doch irgendwo das Telefon und so. Nee. Warum? Warum? Ich bin schockiert. Geradezu. So, Hellsehen. Hm, gar nicht. Nee. Funktioniert mir jetzt die Gießkanne nicht, aber mit Nudelholz. Ich wollte einen Kuchen. Hm, gar nichts. Ich muss zu weit weg. Irgendwie nicht. Hm. Das meinten sie jetzt einfach nur mit der Krähenfeder, ja? Sein oder so. Weil ich mir so die olle Krähe angucken kann. Aha. Ich bin trotzdem... Ich glaube, das Spiel verwirrt mich mehr, als dass es mir hilft. Das ist so schrecklich. So. Machen wir noch ein paar Liegestühle kaputt, weil es irgendwie so wunderbar funktioniert. Und dann... Sehen wir, dass wir nichts sehen. Das bringt hier alles nichts. Okay, was haben wir im heutigen Part gelernt? Dass man mehr Gegenstände tragen kann, als man... Ja. Dass man mehr Gegenstände tragen kann, als es den Anschein hat. Was schön ist. Das bedeutet dann aber zwangsläufig auch, dass mir noch Gegenstände fehlen. Was blöd ist. Weil ich nicht weiß, wo diese Gegenstände sein sollen. Ich war hier mittlerweile überall. Weil... Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Also... Die sich mich hier irgendwo... Oder... War bei dem Postamt noch irgendwas? Irgendeine andere Situation? Ich war dort hinten. Ich hab mir... Hier ist auch nichts. So ein bisschen geht's mir natürlich auf die Nerven. Weil... Ich weiß genau, dass ich jetzt im Endeffekt den Part hier wieder beende. Nicht überhaupt nichts Großartiges gerissen habe oder so. Und... Dann beim nächsten Part wieder vor dem selben Problem stehe. Dass mir wieder irgendein Gegenstand fehlt. Also... Dass mir die Gegenstände weiter empfehlen. Dass ich nicht weiterkomme. Weil ich einfach nicht checke, was ich jetzt als nächstes hier tun muss. Ich verstehe das nicht. Das tut mir so leid, wirklich. Ich würde euch... Ich würde euch furchtbar gerne einfach nur das Spiel zeigen. Und vermutlich wäre das auch richtig so, wie man es halt macht. Aber... Ich weiß es im Moment halt einfach nicht besser. Ich weiß es im Moment einfach nicht besser. Wir waren schon hier reingegangen. Wir waren schon im Postamt. Wir hatten hier den Pümpel... Pümpel... Wir hatten das Ding da so rausgeholt. Ha. Hatten wir alles schon geholt. Das Rätsel hat mir übrigens hier ziemlich gut gefallen, so. Mit... Dann... In den Verstand des komischen Typen da schlüpfen. Und sich dem Coat da so herausangeln und so. Das hatte schon was. Das hatte schon was. So, okay. Ja. Hilft nichts. Ich muss jetzt hier gerade frustriert aufhören. Das... Tut mir echt leid. Beim nächsten Mal muss ich mir wieder irgendwas überlegen. Wir waren jetzt mittlerweile fast überall drin. Okay, ich bin jetzt zum Schluss nicht mehr in alle Häuser reingegangen. Aber eigentlich... Waren wir ja. Also... Irgendwie muss das anders funktionieren. Und ich weiß nicht wie. Okay. Ja. Dann tut mir leid. Ich sag für den Moment dann erstmal wieder tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.